guten morgen guten morgen guten morgen so wie in jedem zweiten part fange ich mal den part an ja der zweite part von der season 3 ich wollte obwohl mal ich gleich das jetzt noch mal meinen gehen ich hab nur eine spitzsacke die fast kaputt ist er brauchst du essen ich mach schon mal einen goldenen apfel 1 2 3 4 5 6 wir brauchen noch zwei gold dann können wir noch einen machen geil geil goldener apfel noch nicht jünger nicht essen ne ne äh was wollte ich noch reintun gar nichts so haken kann da rein kohle wo los bei uns nein okay das ist wieder bei die kirche nein wo ist das denn diesmal ich habe irgendwie angst dass das bei uns ist ich baue mal den eingang zu ja schau mal auf karte dachte ich okay ich bin geschützt weil da ist ja eine tür ja ich bin gestorben ich habe 17 feide geil knochenmehl äh schaufeln wollte ich ach schaufeln eine spitzsacke mal spiel noch okay ich komme bisschen auf welcher höhe bist du ähm 19 ah geil kohle ich finde auch geil bei dem texture pack dass die spitzhacken anders aussehen ja auch gut ja auch gut ach cool ach cool ach cool es gibt immer dauert und das gefotten ne dazu zu vermittelt sich wird er gewünscht nicht gewünscht effizienz 5 boah 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 ich hab ich dachte ich boah wofür aber Fackel bitte wir sitzen in der ersten 2 immer auf uns ist und kann sein ich glaube es ist der zwanzigste okay hier zwölf Herr zum Spiel der zweiten Liga 0 0 und Bayern spielt um 8.30 Uhr das war der Alexander und er hat der sich Kölner also was für die Tüte besser Köln oder Bayern Bayern aber trotzdem Köln hast du Schaufel Prozent Kappbach spielt die Nürnberg Wolfsburg zu gehen führt nur vor allem den 2 die Stücke Prozent Haas von Oma 2 in Dortmund und von Köln korrekt das Gold ja voll noch einen goldenen Apfel ich will gar nicht das ist mein Gott Prozent acht Gold wir haben noch zwei Gold an Prozent können wir noch einen machen der Windricht gut ich was kann der Verkündung geben auch was schon ab dass sie wird das mit beiden nicht bekommen aber auch was noch ein paar ach so ich habe in andere Richtung warum hast du machst so viel breitengang das war so sinnvoll ist der Einhaltung wie geht das denn immer zwei Abstander zwischen uns so Nein, 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 mach da rechts, so ein kurzer Start. Nein, 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 mach ich so neben dem. Da. Du hast zwei Armstabzeichen hingehen. Jo. Ich weiß nicht, ob das klopft. Ich weiß nicht, ob das klopft. Ich weiß nicht. Dass du so ein Loch in die Wand machst, oder was? Genau. Ich bräuchte langsam Licht. Mal gucken. Ja, geh nicht rein. Wir vermeiden jetzt erstmal Caves. Aber hier ist Eisen und Redstone. Ja, Eisen kannst du holen, aber kein Redstone. Ach so, hier ist so eine Cave. Lapis, soll ich das holen? Dias! Boah, du überschreckst mich damit immer voll. Und ein Skelett irgendwo. Ja, den Redstone musst du abbauen, weil ich hab keinen Eisigbezackel mehr. Ja, aber hier ist nirgendwo ein Skelett, ne? Ich beschütze dich. Ich guck. Ich leuchte die erstmal alles aus. Alter, wie viele Dias. Nice. Ich mach erstmal das Redstone. Obwohl, meine Eisigbezackel ist fast kaputt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nice. Ah ja, und Redstone bauen wir ab, damit wir die Tränke verstärken können, die wir irgendwann mal vielleicht machen. Hier ist eine Spinne. Irgendwo. Junge, wo's ich bin, ne? Oh, ich brauche mich nicht zu zacken. Ich hab keine mehr. Ich hab nur eine Steinschützerkabel, die ich ja auch schnell kaputt, ne? Ja, geht eigentlich. Also ein bisschen hält sich schon. Hier hinten geht's noch weiter. Da sind noch mehr Dias! Leck mich am Arsch! Ich hab jetzt so Angst, dass ich hier in Lava falle. Komm mal, bitte. Warte, ich weiß, wie ich das mache, so. Dann seh ich wenigstens noch was. Einer. Zwei. Boah! Ich muss jetzt... Ah! Geh weg, ich komme. Geh weg. Schlag dir zu mir. Wie viel Leben? Nichts schlimm. Egal, du isst gleich zwei goldene Äpfel. Ich hab nicht runtergefallen, ich konnte nichts machen. Ja, ist egal. Komm mit zu mir, bitte. Da oben kamen die, Junge. Das ist wie viel zu klein. Ist egal. Das ist voll gefährlich hier. Ja, ich weiß. Ich hol noch du noch die Dias und dann sind wir hier raus. Ja. Wir gehen hier erst, wenn wir nur vollständige Rüstung haben. Ich hab wieder drei Dias. Ich hab zehn Dias. Jetzt haben wir 13 Dias, ne? Ja. Nur ein bisschen Eisen, jetzt raus hier. Hier sind ja gar keine Fackeln. Da geht's doch nicht raus. Wo geht's denn raus? Unten. Wo oben musst du gehen. Da hoch. Da hoch. Ich nehm die Kohle mit, oder? Hier ist noch Eisen. Boah, hier ist mega viel Eisen. Da geht's aber nicht raus. Nur da geht's nicht raus. Schau. Risiko muss sein. Na, muss nicht. Geh raus, da. Wo geht's denn hier raus? Hier wieder nach unten. Kohle haben wir, oder? Heute runter. Ah, genau, hier, ne? Ja, ja. Ich weiß. Boah, ich geh jetzt erstmal nach oben. Ja, ich auch. Alter, wie gut wir sind, ne? Guck mal, Karotten heilen zwei. Ja, jetzt, es ist aber erstmal, ähm, goldenen Apfel, bitte. Ja, und da ist auch Part Ende. Äh, nein. Ich hoffe, Junge. Nein, Mann. Also, ist das jetzt der zweite Part? Ja, aber, ähm. Wir haben ein Wirtel nach vier angefangen. Gar nicht. Doch. Aber guck mal, wir haben doch Nacht, die Nacht durchgemacht. Und da hat der Part angefangen. Alex, mach mal einen Part. Ey, warum ist hier ein Scheiß? Einzimal Rad gegen fünf Äpfel, den lassen wir, ne? Mach mal einen Part. Ja, sofort, warte. Äh, ich tu jetzt erstmal die Dias in die Scheiß-Truhe. Und dann schmelze ich, dann tu ich noch das Eis, äh, das Gold in den Ofen. Okay, dann... Ja, ich weiß nicht. Ich guck erstmal, wie lang der war. Weiß doch gar nicht, wie lang. Stimmt. Ja, okay, dann machen wir hier einfach Part Ende. Der erste Part war ja auch zu lernen. Okay, dann sehen wir uns im nächsten Part. Tschö!